Hallo, ich möchte wieder einmal über vier Aktien sprechen, mit denen ich mich in der letzten Woche auseinandergesetzt habe. Das wird der italienische Konzern Prismian sein, das ist einer der großen Hersteller von Glasfaserleitungen. Das wird Beiersdorf sein, also der Konzern hinter so bekannten Marken wie Nivea. Das wird die ÖMV sein, also einer der größten österreichischen Konzerne, der im Erdölsektor, Tankstellen, Raffinerien etc. tätig ist und das wird Deutsche Euroshop sein. Da bin ich in einem Kommentar gefragt worden, was ich von dem Konzern halte. Ja, euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Videos in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden sind. Also ich bin zurzeit relativ viel mit der Berechnung von Bilanzkennzahlen beschäftigt, rund um den 31.12., den die meisten Firmen als Stichtag für die Bilanz haben, haben wir da immer Hochkonjunktur, bin ich da immer in recht vielen Projekten involviert, aber es wird in ein paar Wochen besser werden und dann werden auch wieder mehr und längere Videos auf den Kanal kommen. So, kommen wir zu den Aktien, mit denen ich mich eben letzte Woche beschäftigt habe. Prismian ist ein Konzern, mit dem ich mich schon seit Jahren immer wieder mal eher oberflächlich auseinandersetze, weil ich einfach die Technologie spannend finde. Die machen also irrsinnig lange Glasfaserkabeln, das sind teilweise die Kabeln, die Kontinente, Erdteile miteinander verbinden. Glasfaserkabeln sind eine Technologie, die heute Basisinfrastruktur, also wie Strom, wie Gasnetze, wie die Wasserversorgung ist. Also ohne schnelles Internet läuft heute kaum mehr was und auch wenn 5G und so weiter und mobil kommt, also die Funktürmer müssen dann trotzdem noch mit Glasfaserkabeln miteinander verbunden sein und mit dem Backbone vom Internet verbunden sein. Das heißt, das ist auch eine Technologie, ohne die es die nächsten Jahre nicht gehen wird und Prismian ist eben eine der großen, vielleicht sogar der größte Hersteller. Auf jeden Fall einer mit einem sehr hohen Marktanteil in dem Segment. Hat 25.000 Mitarbeiter und sitzt, wie ich gesagt habe, in Italien. Ist momentan mit 8,7 Milliarden Euro bewertet. In den letzten Jahren wurde der Umsatz von ungefähr 10 Milliarden gemacht. Das heißt, der Umsatz ist etwas höher als die Marktkapitalisierung. Das Umsatzkursverhältnis ist also, würde ich sagen, für die Technologie durchaus akzeptabel. Anders oder nicht anders, aber ein bisschen kritischer steht es beim Gewinn aus. Also wenn ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten Jahre mal versuche auszurechnen, dann bin ich bei Werten von ungefähr 20. Das zeigt also schon, dass die Kunden des Konzerns wahrscheinlich große Telekom-Unternehmen sind, die eine ziemliche Marktverhandlungsmacht haben. Die Gewinnmarschen bei Prismian sind also nicht so, dass die durch die Decke gehen. Auch der Gewinn, der Umsatz geht nicht durch die Decke. Also in den letzten Jahren ist er stetig gestiegen, was etwas Positives ist, ist aber auf Sicht von 5, 6 Jahren um ungefähr ein Viertel angewachsen. Da ginge also durchaus, könnte man den Eindruck haben, mehr. Dagegen sind die Verbindlichkeiten im selben Zeitraum um 60% gewachsen. Das ist also dann immer eher, was die Verschuldung anbelangt, ein Alarmzeichen, wenn die Verschuldung deutlich schneller wächst als die Umsätze. Oder anders habe ich es versucht, mal in Relation zu setzen. In guten Jahren hat Prismian also ungefähr einen Konzerngewinn von 500 Millionen Euro. Das ist das, was in guten Jahren drin ist. In schlechten Jahren machen sie 250 Millionen Euro. Das ist also mal sicher positiv anzumerken. Ein Konzern, der auch in schlechten Jahren noch immer einen Gewinn macht, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Konzerne, die öfter mal Verlustjahre machen. Das war bei Prismian in den letzten Jahren nicht der Fall. Allerdings gehe ich da eben auch an von einem Gewinn, den ich auch für die Zukunft erwarte, wo er vielleicht ein bisschen höher sein wird, aber von ungefähr 250 Millionen bis 500 Millionen pro Jahr. Und dem steht mittlerweile eine Verschuldung laut Bilanz von 7,5 Milliarden gegenüber. Das ist also schon ganz ordentlich. Auch wenn ich mal versuche, das einmal runterzudenken. Was würde passieren, wenn der Konzern 10% Zinsen auf das Fremdkapital zahlen müsste, auf die Schulden? Dann wären das also 750 Millionen. 10% sind jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber jetzt, wo man gerade über die Zinswende redet, also von 5% in einem Negativ-Szenario für den Konzern, würde ich zumindest einmal drüber nachdenken. Dann wären das pro Jahr 325 Millionen Euro. Also ungefähr der Konzerngewinn, der ist der allein für die Zinszahlungen draufgehen würde. Also Prismian kann sich heute sicher deutlich günstiger verschulden als mit 5% Zinsen. Aber nur ein Ansteigen auf 5% würde schon bedeuten, dass der Konzern seinen gesamten Konzerngewinn für die Zinszahlung aufwenden würde. Und das sind für mich Zahlen. Das ist alles in allem keine Katastrophe. Also wenn man sich die Eigenkapitalquote anschaut, dann liegt die bei gut 20%. Das ist für ein Industrieunternehmen weder ein Aushängeschild, noch eben eine Katastrophe. Ja, aber wieder einmal so wie die letzten Male, wo ich mir den Konzern angeschaut habe, wieder. Ich werde also momentan nicht investieren. Ich finde es aber nach wie vor ein interessantes Unternehmen, das also auch keine so schlechten Zahlen hat, dass ich sagen würde, nie und nimmer. Ich werde es also bei mir auf der Beobachtungsliste lassen und vielleicht schaue ich mir den Konzern in 6 Monaten wieder an. Aber momentan, da gibt es halt viel Licht und Schatten bei den Fundamentaldaten. Also vorerst habe ich einmal nicht vor, da zu investieren. Einfacher ist mir die Analyse gefallen. Immer nur für mich. Das ist die Art, wie ich über Aktien nachdenke. Das ist keine Empfehlung für irgendjemand anderen. Aber für mich ist das Urteil leichter. Ist mir gefallen bei Beiersdorf, also der Konzern hinter Marken wie Nivea oder Euzerin. Also es wird kaum jemanden geben, der das Video sieht und der noch nie ein Produkt von Beiersdorf benutzt hat. Auch wenn der Name Beiersdorf selber ein bisschen unbekannter ist. Hier spreche ich aber bei der Konzernbewertung von einem Kursgewinnverhältnis von 30 bei einer Dividendenrendite von 0,8%. Das ist also schon relativ teuer. Was ganz positiv ist bei Beiersdorf ist eine Eigenkapitalquote von 60%. Das findet man heute nunmehr sehr selten. Also ein Konzern, der so viel Eigenkapital im Verhältnis zur Verschuldung hat. Auch wenn ich die Relation mir ansehe. Also Beiersdorf macht in guten Jahren über eine Milliarde Euro an operativen Gewinn. Das ist also das doppelte, dreifache, vierfache von Prismian. Hat aber statt 7,5 Milliarden bei Prismian nur 4 Milliarden Schulden in der Bilanz stehen. Oder anders ausgedrückt, vier normale Jahre Konzerngewinn wäre etwa die komplette Verschuldung. Das ist also schon eine ganz gute Rate. Es gibt also wenig Konzerne, die so niedrig im Verhältnis zu ihren operativen Gewinnen verschuldet sind. Aber gleichzeitig ist Beiersdorf halt mit 20.000 Mitarbeitern doch ein eher kleineres Unternehmen im internationalen Basiskonsumgüterbereich. Also das Peergroup-Unternehmen würde ich da sehen. Nestle, Unilever, Pepsi, Cola, Procter & Gamble. Und Beiersdorf ist auch in der Ebene bewertet. Und da würde ich dann sagen, ja, oder ja, also Pepsi-Cola ist ein Unternehmen, die haben glaube ich 100 verschiedene Marken, die jeweils mehr als eine Milliarde Euro Konzernumsatz beisteuern. Das heißt, das ist nicht nur das Getränk Pepsi-Cola, sondern da stecken viel, viel mehr Produkte dahinter. Marken, die fast jeder kennt und die viele Leute konsumieren. Das ist, Beiersdorf ist da doch eine deutliche Nummer kleiner, aber ähnlich hoch bewertet. Also Beiersdorf ist für mich ganz persönlich zu teuer. Da werde ich, also ist auch im Gegensatz zu Prismian, nicht so oder so, ich schaue mir das nochmal an, sondern Beiersdorf ist zu der Bewertung. Also wenn die Aktie nicht deutlich sinkt oder der Konzerngewinn explodiert, wäre das für mich einfach als Aktie zu teuer. Als nächstes habe ich mir mal Gedanken über die ÖMV gemacht. Die ÖMV, also der österreichische Erdölkonzern, denke ich ganz regelmäßig nach, weil es eine der größeren Positionen in meinem Depot ist. Das heißt, da schaue ich mir die Quartalszahlen, wenn sie rauskommen, wirklich immer relativ genau an. Und also glücklicherweise habe ich es bei der ÖMV auch immer geschafft, so einzusteigen, dass die Aktie auch ganz deutlich im Plus liegt, auch wenn ich in vielen kleinen Käufen eingekauft habe, aber auch zum momentanen Kurs. Also momentan steht die Aktie bei 54 Euro und ich gehe davon aus, dass zum Beispiel nächstes Jahr eine Dividendenrendite von 2 Euro oder vielleicht sogar knapp über 2 Euro drin ist. Das heißt, wir reden hier von 4% Dividendenrendite. Ich gehe davon aus, wenn ich mir die Zahlen der Vergangenheit anschaue, wenn der Ölpreis nicht dramatisch einbricht und das sehe ich momentan eigentlich überhaupt nicht als Risiko oder ich ziehe immer alles in Betracht als Möglichkeit, aber ich gewichte dieses Risiko mit sehr gering. Das heißt, wenn der Ölpreis ungefähr in diesem Bereich bleibt, wo er jetzt ist, dann sind bei der ÖMV Konzerngewinne von 5-6 Euro pro Jahr je Aktie drin und das bedeutet bei 54 Euro Kurs eben ein Kursgewinnverhältnis von 10 oder von knapp und unter 10. Das heißt, aufs eingesetzte Kapital kriege ich 4-5% Dividende raus. Der Gewinn aufs Eigenkapital oder aufs eingesetzte Kapital von mir ist aber durchaus in einem Bereich 10-15%. Das ist also schon günstig bewertet. Meiner Meinung nach habe ich also keine Absicht, die Aktien zu verkaufen. Ich habe mir das jetzt nochmal angesehen und fühle mich sehr wohl mit dieser Beteiligung. Man sollte sich aber natürlich immer die Frage stellen, warum ist eine Aktie recht günstig bewertet, attraktiv bewertet. Und natürlich gibt es bei der ÖMV auch Risiken. Also die ÖMV ist sehr stark auf das Produkt Erdöl fokussiert, auch wenn sie durch Zughäufe, Beteiligungen immer mehr breiter wird und in immer mehr Chemieketten, also Fertigung in der chemischen Produktion eingestiegen ist und auch ihr Tankstellennetz hat und so weiter, wo dann wieder Tankstellensupermärkte drin sind und so. Aber das Kernprodukt ist doch noch Erdöl. Und das heißt zum Beispiel, die ÖMV hat in den Bilanzjahren 2015-16 ganz nennenswerte Verluste gemacht. Damals ist also der Erdölpreis deutlich runtergegangen, da waren Energieunternehmen im Allgemeinen sehr günstig zu kaufen. Ich bin damals auch bei einigen eingestiegen, aber das war natürlich etwas, wo damals waren die Energiepreise halt so gering, dass man gesagt hat, okay, bei den Preisen macht die ÖMV Verluste. Hätte diese Phase nicht nur zwei Jahre angedauert, sondern länger, dann wäre das für den Konzern schwierig geworden. ÖMV hat das auch das Risiko, also zum Beispiel, wenn ich von Wien am Flughafen fahre, dann fahre ich bei der großen ÖMV-Raffinerie in der Nähe von Wien vorbei. Dort hat zum Beispiel auch Borealis, das ist ein Unternehmen, das sehr eng mit der ÖMV verbandelt ist oder schon fast dazugehört, eine große Fertigung von Ammoniak, aus dem dann wiederum Düngermittel hergestellt werden. Da haben sie vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die Produktion dort einmal stilllegen oder zumindest nennenswert herunterfahren, weil die Energiepreise gerade so hoch sind, dass sich das am Wirtschaftsstandort Österreich momentan nicht auszahlt, Düngermittel herzustellen. Das ist ein anderes Risiko. Ein weiteres Risiko oder auch ein Pluspunkt, das kann man so und so sehen, ist die österreichische Staatsbeteiligung. Also der österreichische Staat ist mit 31,5% an der ÖMV beteiligt. Das heißt, negativ gesehen, dass man vielleicht bei Projekten manchmal mit politischem Druck mitmacht. Die ÖMV ist zum Beispiel bei der Finanzierung von Nord Stream 2 beteiligt gewesen, wo halt schon klar ist, das ist ein Politikum. Ich weiß auch nicht genau, warum er das gemacht hat, aber es gibt auf jeden Fall mit dieser Staatsbeteiligung eventuell die Möglichkeit, dass manche Entscheidungen nicht nur rein wirtschaftlich gesehen werden, sondern auch politisch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Erwartungshaltung der österreichischen ehemaligen Großparteien, dass die ÖMV für erfolglosere Politiker, Familienmitglieder und so, die vielleicht sonst weniger Chancen haben, irgendwo gut dotierte Jobs schafft. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich wieder ein Vorteil, weil wenn man den eher einfach gestrickten Cousin von irgendeinem Entscheidungsträger im Unternehmen gut bezahlt unterbringt, dann hat man natürlich auch einen direkten Kontakt in die Politik hinein. Also das sehe ich als Anleger ganz pragmatisch. Da gibt es sicher gewisse Entscheidungen, die aufgrund des politischen Nahverhältnisses da sind, die jetzt für sich genommen vielleicht nicht ganz astrein sind, aber die auf der anderen Seite auch wieder Vorteile bringen. Das heißt, es gibt verschiedene Risiken, die also auch erklären, warum die ÖMV mit Sicherheit billiger bewertet ist als wiederum Basiskonsumgüterhersteller wie Nestle oder Unilever, weil das Risiko auch wirklich höher ist, weil die Gewinne stärker schwanken. Auf der anderen Seite aber, wenn vom Positiv-Szenario, also wenn ich davon ausgehe, dass die Erdölpreise in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben oder noch leicht ansteigen, dann sind eben bei der ÖMV pro Aktie Konzerngewinne von 5, 6, 7, 8 Euro pro Jahr drinnen. Bei einem Aktienkurs von 54 Prozent, also ich rede da wirklich von 10 bis 15 Prozent Gewinnmarge. Ungefähr ein Drittel, 40 Prozent kriege ich als Aktionär ausgeschüttet, das können also gern 4, 5 Prozent sein. Und die anderen 6, 7 Prozent Gewinn quasi investiert der Konzern aber in irgendwas und wenn die Investitionen aufgehen, dann rechne ich also damit, dass auch wenn die Ölpreise gar nicht explodieren und auch das halte ich für möglich, die ÖMV sich als unternehmenswerter ÖMV und somit der Aktienkurs sich über 10 Jahre gesehen schon verdoppeln kann. Das ist also das Positiv-Szenario, von dem ich ausgehe, warum ich daran beteiligt bin, wollte aber auch klar darstellen, dass es Risiken dabei gibt. Und als letztes Unternehmen eben Deutsche Euroshop, das ist also der Betreiber von vielen Shopping-Center in der Nähe von Großstädten in Deutschland, in Österreich, aber ich glaube vereinzelnd auch in Polen, der Tschechei oder Ungarn haben sie Projekte. Der Konzern ist trotzdem mit unter einer Milliarde bewertet, also für die Konzerne, über die ich auf dem Kanal rede, eher ein kleineres Unternehmen. Und hier habe ich mir die Konzernbilanz ein bisschen angeschaut, das ganze Geschäftsmodell ein bisschen durchgedacht. Und also jeder soll über Aktien nachdenken, wie er möchte, aber mit meinen Gedanken in mein Portfolio passt der Konzern nicht rein. Ich würde hier nicht investieren. Der Grund ist für mich, und man kann das sicher auch an anderen Ecken anders sehen, ja, aber also während dem Corona-Jahr 2020 wurden 250 Millionen Euro Verlust gemacht. Das ist also bei unter einer Milliarde Marktkapitalisierung schon ein ganz nennenswerter Verlust. War zum Glück natürlich ein Ausnahmejahr, ja, 2020. Aber auch davor in den Jahren, ich habe mir also da die Konzernberichte relativ oberflächlich angeschaut, aber die operativen Gewinne lagen in den Jahren vor Corona bei 100 Millionen bis 150 Millionen Euro Gewinn pro Jahr. Und der Konzern wiederum ist aktuell laut Bilanz mit 2,2 Milliarden verschuldet. Und da hat natürlich Corona nicht geholfen, aber das ist nicht der Grund für die hohe Verschuldung. Jetzt rechne ich mir das auch wieder aus. Was passiert, wenn die Zinszahlungen für das Fremdkapital bei einer Verschuldung von 2,2 Milliarden auf 5 Prozent steigen? Dann muss der Konzern 110 Millionen Euro jährlich an Zinszahlungen zahlen. Das wäre also schon ungefähr die Gewinnerwartung für die nächsten Jahre. Das heißt, wenn die Zinswende kommt und die Zinsen nur bis auf 5 Prozent steigen, dann gibt es bei dem Konzern meiner Meinung nach ein reales Konkurs, eine reale Konkurschance. Und ich habe mir auch die Verschuldung ein bisschen angeschaut. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob mein Eindruck komplett ist, aber mein Eindruck ist, wenn ich mir einzelne Posten ansehe, dass der Konzern es schon schafft, sich aktuell deutlich unter 2 Prozent zu verschulden. Das heißt, ich bin nicht bei 5 Prozent Zinsen, sondern ich bin bei unter 2 Prozent. Und damit muss ich jährlich Zinszahlungen von 30, 40 Millionen machen. Und das geht sich eben bei 100 bis 150 Millionen Euro noch schön aus. Mir fehlt aber quasi, anders als jetzt bei der ÖMV, dieses Positiv-Szenario. Also quasi der Konzern steht nicht vor dem Konkurs. Er hat eine Eigenkapitalquote, wo auch noch einmal ein katastrophales Jahr drin ist. Aber mir fehlt der langfristig positive Ausblick. Also bei Shopping-Center geht es eigentlich meiner Meinung nach nur darum, wie viel Umsatz sie zum Beispiel in 5 Jahren weniger machen werden bei gleicher Fläche als heute. Aber dass das Shopping-Center als Geschäftsmodell so einen richtigen neuen Boom kriegen und wieder so gut laufen wie vor 20 Jahren, bevor der Online-Handel möglich wird. Also ich zum Beispiel soll nicht sich selber als beispielhaft nehmen, aber es gibt glaube ich schon ein paar andere Leute, die ähnlich tippen wie ich. Vor 20 Jahren war ich noch regelmäßig in einem Shopping-Center, weil das einfach der Ort war, wo man vor Weihnachten viele verschiedene Weihnachtsgeschenke aus verschiedenen Läden kaufen kann. Ich bin nie gern einkaufen gegangen. Also ich mache das mittlerweile online. Andere Leute, vor allem Frauen, glaube ich, sehen das ein bisschen anders. Aber ich sehe das Potenzial nicht, dass hier eine große Marktüberraschung gelingt. Dass Shopping-Center auf einmal wieder deutlich besser funktionieren als in den letzten Jahren. Und wenn ich eben die Bewertung im Verhältnis zu den letzten Jahren sehe und sage, okay, es wird in den nächsten Jahren ungefähr so laufen wie in den letzten Jahren, dann ist der Konzern einfach die Verschuldung genommen und den operativen Gewinn genommen meiner Meinung nach zu hoch bewertet. Also das Chancen-Risiko-Verhältnis stimmt für mich hier nicht und ich würde hier nicht investieren. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch!